einen wunderschönen haben wir jetzt willkommen in der neuen folge von paper mario die legende vom äonentor hier müssen wir gucken wie wir in dieser gottverdammte spukabteil kommen weiß nicht habe ich ja nicht oder verschlossen aber moment mal kann ich hier und da wollen so ja natürlich geht es das hat man doch eine neue fähigkeit da dann gehen wir mal rein hier ich habe gestern gegen das ganze gesindel dort unten kämpft dann ist der fall klar ist nach oben aber da hier ist hier unten linie der sonne wunderbare sache dann hier nicht hochbuch offensichtlich von er näher okay dieser schlag verwandelt gegnern eisige skulpturen hammerwurf bei bp3 bp nämlich den weg und er ziehe ein peter noch einen einer weg machen kampfwut für den partner dann kann die koste 1 der eis schlag okay der hammerwurf auch nur eins ich habe hier okay orkansprung brauche ich nicht dann nehme ich das glück gehabt nochmal und die kampfwut nochmal nochmal okay cool aber ich muss hier wieder so kriechen respektive rollen ja alle meine freunde wurden eingesperrt ich bin so einsam ja schön hier kommst du nicht durch okay dann halt nicht ja du bist traurig das haben wir mittlerweile rausgefunden kann ich das schieben tatsächlich kann ich das oh aha oh warte mal madame aerona blas mir das hier mal weg bitte aha ich gehe mal hier durch aha eine truhe wahres bp bedarf wird um eins gesenkt hmm post 4 scheiße ähm okay dann äh nehme die kampfwut p weg ne den sepper will ich behalten nehmen wir das glück gehabt weg vielleicht den hammerwurf nehmen wir den hammerwurf weg ähm und hier sparblüte 1 bp weniger pro äh fähigkeit ist natürlich schon nice bin ich ehrlich was haben wir hier hui das äh waren einige na hast du gut aufgepasst dann kannst du mir bestimmt sagen wie viele geister aus dieser kiste gekommen sind die sach 100 leider daneben richtig wäre 200 gewesen oh du tust mir leid hier hast du einen trostpreis bis bald wow geil danke hier geschlossen okay aber jetzt können wir wieder nach oben gehen weil äh der kleine geist dort hat ja jetzt seine freunde wieder hey hi hi ja ja willst du mich ja da ärgern ne wirklich raus mit dir höh neuer scheiß problem lass mich hier rein jetzt kann ich okay der außengang ah hehehe die aktion ist immer noch gut sehr gut sehr gut okay ja jetzt sind aber alle da oben hm müssen wir nochmal Anspruch machen shit aber die haben nicht mehr als 6 HP das ist immer gut ach du mal einen Bodyslam sehr gut next okay sie haben 6 HP okay ja fuck ja aber ist okay ähm auf den da jetzt hat er halt oh sehr gut hab ich den jetzt bekommen oder keine Ahnung auf jeden Fall machen wir ihn kaputt sehr gut und der wird jetzt auch im Arsch sein wenn er mich angreift so ach der mit hab ich gekriegt sind viele die sind viele aber 9 Sternpunkte sehr gut und und Level Up direkt ja hoppsasa 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 ähm machen wir auch die BP oder wir machen die OP hoch damit ich mehr Orden ausrüsten kann wunderbare Sache gut alrighty ähm dann gehen wir mal zu den Orden jetzt kann ich direkt da was machen den Hammerwurf ähm und dann haben wir das Glück gehabt ja hab ich hier nix was ich unbedingt brauche oder ne das ist ok sehr gut yeah aber ganz sicher nicht ja da machen wir auch wie den normalen Sprung du hast zu viel Damage gemacht aber ist ja auch gut du machst einen Bodyslam auf das Geistchen dann sind wir alle glücklich oder die Frage ist wie viele HP haben die Dinger ok hat er gemacht da wird extra nix gedrückt ich will gucken er hat mindestens 6 HP äh mindestens 7 zwischen 7 und 11 HP hat er ok hier steht er großzügig 4 Sternpunkte so hier kann ich raus kann ich denn hier holen ähm aha ein Blatt das der Spuk gab da er stellt 10 BP wieder her ok ja dann nehmen wir mit ich will ich will nehmen wir mit dafür was ist das hier ähm keine Ahnung gehen wir mal rein gehen wir mal rein in die gute Stube das aha äh riecht es denn riecht es hm ok oh keine Ahnung was ist hier noch so ein Ding aha nein jetzt war ich zu spät mit dem schlagen naja ist ok ich kann nicht angreifen mit der Irona dann machen wir das sehr gut oh perfekt Junge jetzt werde ich einen Sprung machen bisher nicht immer den Doppelsprung ja fuck nochmal einen Bodyslam bitte und dann nochmal jetzt los ein schöner Sprung easy vier Sternenpunkte großzügig noch eine Federmaus scheiß drauf muss jetzt nicht gegen jedes Viech kämpfen das ich finde oder oh guckst du mal hier ok dann äh lass noch mal zurückgehen dort die eine Treppe nach oben wie wir vorhin gesehen haben leuchtet das Ding jetzt hier wieder ja aber was macht das denn nein da muss ich muss ich einen Bodyslam machen mit einer Arschbombe oder wie auch immer ne das ist jetzt falsch oder hier oben ist die Tür ja hier oben ist die Tür das ist nicht gut hm ok was ist wenn ich nochmal hier raus gehe und äh diesen Knopf hier nochmal betätige so jetzt hat es funktioniert Sternsplitter ok ah jetzt ist die Treppe woanders guck mal jetzt ist die Treppe in der Mitte aha genau eine zweite Tür ist hier naja jetzt haben wir es herausgefunden na vielleicht kann ich ja den hier wieder schieben hä muss das nochmal eins nach drüben gehen oder was spielen wir es nochmal aha na jetzt aber jetzt ist die dritte Tür hier ok jetzt funktioniert es sehr gut haben sie haben sie die Spieler warst ein bisschen jetzt brauche ich aber den kleinen Yoshi weil hier müssen wir dann fliegen hä what warum hat das nicht funktioniert why not nochmal das kann doch nicht sein mit diesen blöden Arschbomben hier so schon so hab vorhin einfach zu früh gedrückt ok so runter mit dir und dann gehen wir wieder hier nach draußen ja muss ich wahrscheinlich zweimal drücken ne jetzt ganz nach drüben kommt genau ja jetzt gefällt es mir doch eigentlich noch so ein zweites ah ne nur das da ok da waren zwei solche Dinger aber ne dem ist nicht so na dann alle hopp und rein hier sehr gut dann können wir hier mal alles auffüllen für 10 hp gut speichern und dann haben wir es für heute da sage ich danke fürs zuschauen habt einen schönen Tag macht es gut meine Lieben tschüss tschüss tschüss